Welches meinst du? Das eben. Mit dem kleinen Mensch. Ja, ja, ja. Ah, Ju ist jetzt doch dabei. Anna, du bist so hübsch wie Revi. Boah, soll ich das jetzt als Kompliment aufnehmen? Oh mein Gott. Nein. Mann, ich war so spät. Das war ein Test. Clara hat Link geleakt. Nein, ich hab nix geleakt. Es ist glaube ich nicht schlimm, weil ich glaube, man kann nicht mehr schauen. Ich glaube, wir sind zu sechs. Ich habe nix geleakt. Äh. Ich hätte auch Schwert gesagt. Hä? Ich weiß es. Nee. Ah, ich weiß es. Wie? Hm. Ein Überbegriff von diesem Ding. Ja, Digga, keine Ahnung. Oh, ich weiß auch. Ich hab nicht mal Schraubenschlüssel gewusst. Ach so. Ich hab aber in den Chat geschaut. Du hast in den Chat geschaut. Ich hab in den Chat geschaut. Ich auch. Hey, Revi ist ein süßer. Ja, Revi ist ein fein. Muss Chat ausmachen? Nein, ich seh den eh nicht. So konzentriert. Record. Ähm. Oh nein. Porno. Gazzanis. Hast du Porno gerade geschrieben? Hast du gerade Porno geschrieben? Und dann war das sensiert. Du schützt einfach Porno da rein? Äh. What? Hä? Filmen. Nee, es geht um den, die Person links. Ah. Nee. Kameramann. Oh, gerade wollte es noch jemand schreiben. Oh Gott. Ähm. Aber hätte man erraten können. Boah, wie schön. Geschrieben. Eher gemalt. Danke. Äh. Porri anatomisch korrekt? Danke. Oh, ganz kurz. Ganz, ganz, ganz kurze Frage. Mhm. Nee, kann ich nicht. Hast du es jetzt einfach so gemalt? Aus Gag gerade? Mhm. Mhm. Okay. Nein, 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 nein. Hör auf. Echt? Ja. Warum lachst du jetzt? Du weißt, wieso ich das gemalt hab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast sogar die Becken. Das Becken unten perfekt gemalt, ne? Danke dir. Mhm. Ich weiß auch, warum du... Aber cool, dass du es dir jetzt gemerkt hast. Mhm. Was, was, was? Oh. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Was soll das jetzt schon wieder sein? Ist ne Firma. Oh mein Gott. Fuck my life. Ich bin so schlecht in diesem Game. Hey, hey. Holy shit. Seit wann sagen wir sowas? Was denn? Ja, das, was du gerade gesagt hast. Fuck my life? Ja. Ist nicht so schlimm wie deine Sachen, die du immer sagst, wenn du sauer bist. Oder? Oder? Ich find schon. Nein. Ich find... Also vom Ding her find ich schon. Ich mag viel mehr zu malen und nicht zu erraten. Mhm. Schlechter Einfluss. Hast du gemerkt echt, wie Rebi ein schlechter Einfluss for real bei mir ist? Ja, wirklich. Ja, das sind generell die Jungs da. Also, ich weiß nicht. Du hast dir das gerade was angeguckt. Der schlimmste Einfluss ist for real bei mir. Ähm, Hugo. Wenn ich mit Hugo was mache, das ist... Ah, Einbrecher wäre gut gewesen. Angräuber ist auch gut. Naja. Drinks on me. Anna, du bist gemutet, ne? Achso. Ne, Anna. Achso, Anna, ich gemutet. Bin ich gemutet? Ja. Hey, jetzt bin ich wieder da. Versteht ihr irgendwas? Komisch. Warum komisch? Ja, weil ich drück einfach eigentlich immer fullmute. Voll gut gemalt. Voll gut gemalt. Verbrecher. Verbrecher. Ja. Ah. Ist nicht schlimm. Der Ass. Ja, Junge. Trotzdem, danke für den Euro, gell? Für die scheiß Nachricht. Warum hat es für eine Nachricht gab es für einen Euro? Ähm. Ich zensiere mal ein bisschen. Du. Ba, ba, ba. Geil. Schnecke. Bitte mach mal Sassy live. Ich will auf meinen Bildschirm. Piep. What? So macht man Geld. Okay. Mh. Also. Kann doch nicht sein. Ne, das ist komisch, dass du das nicht weißt. Ja, es hat bestimmt irgendwas mit Chemie zu tun. Achso, es soll Chemie sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich dachte, es wäre irgendwas Spezielles. Nicht einfach Chemie. Ich finde es nicht. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. So viel ist gut. Wieso müsst ihr immer so wahnsinnig lange Wörter nehmen? Ja. Okay. Es sieht bestimmt wie eine Hundehütte. Komm. So, es war damals angefangen. Psychiatrie. Where? Oh. Ich war Auto seit vier Jahren. Es sieht aus wie irgendwas bei Minecraft. Ja, ja. Es sieht aus wie ein Minecraft-Skin. Ich weiß nicht, wer. Richtig. Creeper. Nein, nein, nein. Oh Gott. My two, ja. Ich weiß es. Boah. Was? Ist wirklich was aus Minecraft? Das ist der Typ, den ich geschlagen hatte. Baby, danke schön für den T1-Sup. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Maluten, Digga. Na, der hat eher so, den Begriff gibt es ja auch generell. Wenn du in der Stadt wohnst, dann bist du es nicht. Sondern wenn du woanders wohnst, dann bist du es. Drachenwächter. Richtig. Wenn du in der Stadt wohnst, bist du kein Drachenwächter. Ja, aber wenn du woanders wohnst, dann bist du ein Drachenwächter. Was darf? Was? Ich weiß. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Oh mein Gott. Ich glaube, du bist ein Drachenwächter. True. Dankeschön, 94, Dracorees. Dankeschön für den T1-Sup. Na klar. Ich kann das alles nicht mehr. Oh mein Gott, ja. Katschingo. Boom. Aber gut. Süß. Oh, das Gesicht ist süß. Oh, ich kann das nicht mehr. Ähm, wie heißt das? Oh. Oh lol. Nein, das ist so ein... Oh, Digga. Ich habe, glaube ich, wieder ein Stegi-Bot gerade. Was hast du? Ein Stegi-Bot. Ein Follow-Bot. Weiß nicht. Oder die Lara. Alles. Oder wirklich ein Follow-Bot. Kommt schon. Ich weiß, du kennst das Wort nicht. Doch, du kennst das Wort. Nee. Untertaster, habe ich gedacht. Ja, Untersetzer. Oh, Untersetzer. Nee, das ist halt so... Das ist mir jetzt so ein krasses Fremdwort. Da bin ich leider raus. All right, girl. London to a pizza. Ich habe so gute Musik am Laufen. Digga, jetzt werde ich das... Ich werde das wieder falsch zeichnen. Oh nein, wie lange ist bestimmt schon das Wort schon wieder? Boah, Alter. Das ist wirklich Abitur-Wort. Das ist krass. Abitur-Wort. Ich mache es wahrscheinlich wieder falsch. Ich weiß es. Ich weiß auch. Oder auch nicht. Nee, das ist zu... Das ist zu kurz. Tipp, Fieberthermometer ist es nicht. Auch wenn es so aussieht. Desoxyribonukleinsäure. Ich sage es, glaube ich, schon wieder falsch. Der Tipp ist eben genau, es ist wieder falsch, leider. Es ist ein anderes Werkzeug. Kein Werkzeug. Nee. Äh. Wie, wie... Es ist ein Werkzeug, aber halt was anderes. Imbusschlüssel. Nee. Nee. Ja. It's over. Schrauben... Schon wieder Schraubenschlüssel. Ich sag's doch, ich hab schon wieder mal schraubt. Das hab ich schon das letzte Mal schon. Ist unfassbar. Guck ich mal nach Schraubenschlüssel, wir fragen. Ich muss echt mal gucken. Test? Hört ihr mich wieder? Ja, klar. Ah, nein, 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 nein. Das ist so eine... Ah, ich weiß... Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Heckenschere. Nein, 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 dafür ist das Wort zu denken. Ah, ist voll gut gezeichnet. Ich gucke einfach schon wieder. Ist richtig gut gezeichnet. Gartenschere. Nee. Ah! Gartenschere? Nein. Alter! Nein, 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 nein... Nein, 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 nein. Leute! Schrauben und Schrauben Ich kann nicht die Einzige sein, die das nicht versteht. Ah, so ist der Schraubenschlüssel. Fast. Ist doch... Oh... Ist vorbei. Chat hilft auch gar nicht mehr. bitte, mach bitte. War noch eine Blume hin. Oh mein Gott, das ist echt. Das ist eine Gartenschere oder sowas. Aber ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Der beruft. Der beruft. Oh mein Gott, Gärtner. Oh. Ist nicht schlimm, Mann. Nein. Ich muss langsam wieder aufs Klo. Seit wann streamt die Lara seit fünf Tagen? War das halt? Was ist das für ein Wort? Ja, ich glaube, heute ist der fünfter Tag. Oh. Wie? Oh mein Gott. Ich habe das falsch geschrieben. Nee. Nee. Kleiner. Ich bin kleiner. 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 Wie kleiner? Kleiner. Kleiner. Ich mag das Spiel nicht. Deswegen habe ich gesagt, lass uns das andere spielen. Nee, aber kleiner. Oh. Wieso malt man den gelben Ball nicht als erstes? Wieso malt man den gelben Ball nicht als erstes? Oh. Nein, das ist nicht schlimm. Von wem ist der Mod? Wer genau? Lulanzo. Oh, das ist so Designerin bei mir. Ah. Ja. Wieso? Hat Zita's gerade gemalt? Ich glaube schon, oder? Es geht nach der Reihe. Ah, Lulanzo. Bald gekündigt. Nee, warte mal. Danny, danke schön für den Tier 1's Up. Nein, nein. Sorry, sorry. Ich dachte, es geht nach der Reihe da oben. Ju war das. Alter Ju. Überschön gezeichnet. Das ist cool, Mann. Und da, I must confess. So, jetzt aber, Lulanzo. Komm. Lulanzo zaubert die ganze Zeit, glaube ich. Sie kann es zeichnen. Jetzt muss sie sich beweisen. Jetzt schauen wir... Oh Gott, jetzt kommt sowas. Oh. Oh, ich weiß es. Oh. Nein, 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 nein. Das Wort ist zu lang. Sorry. Oh Gott. Aware, aware. Wie? Stegi. Oh mein Gott. Oh, aware. Hilfe. Yes. Woo. Ist doch richtig geschrieben. Kennt ihr das, wenn ihr ein Wort schreibt und es schaut falsch aus? Ja, wirklich. Oder wenn ihr so Zeitdruck habt und dann denkt ihr, alles, was ihr falsch ist, äh, alles, was ihr schreibt, ist so falsch. Walsch geschrieben. Kenne ich. Ich glaube, die Lara weiß, dass sie Emote-Chat anhat. Dass ich was hab? Wo hast du Emote-Chat an? Äh, keine Ahnung. Also wenn, dann hab nicht ich das gemacht. Ja, die Mods haben das bestimmt gemacht. Aber musst du nicht. Aber du musst den Wort schließen. Schau mal, bei Teterino rechts oben, ich glaub, das wird angezeigt, steht da sowas wie Follow, Komma, Emote. Ja, 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 ja. Genau, und da kannst du immer das switchen, schnell. Oh, sorry, das war jetzt ein bisschen hässlich gezeichnet, aber ihr wisst, was es darstellen soll. Ja, 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 klar. Uhro, wo ist das? Hä? Achso, nee. Hä? Ah. Nee. Oder ist es das? Ich hab keine Ahnung. Ist eigentlich voll gut gemalt. Ja, ja, ich glaub's auch. Aber ich hab so das Gefühl, dass wir politisch nicht so smart sind. Äh. Ich kenn nur den Atlas. Ja. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab Atlas gelesen. Ich hab Atlas gelesen. Da steht Atlantis, ich hab Atlas gelesen, Leute. Egal, ich hab's für Gottes gesagt. I'm sorry, I'm sorry, ich hab Atlas gelesen. Oh mein Gott. I'm sorry, I'm sorry. My bad, my bad, my bad. Hey, passiert, Mann. Oh Mann. Aber der Atlas war schön, oder? Der Atlas war so schön. Ja, das war hübsch. Oh, like this. Komm, das ist gut. Ja. Es ist schon mal kein Bl-Ritz, hab ich gemerkt. Bl-Ritz ist es nicht. Aber es ist close. Es ist besser als Schraubenschlüssel. Ich schwör, beim dritten Mal, zeichne ich's richtig. Bist du dir sicher? Ich hab mir ein Bild angeschaut. Es ist einfach schon halb eins wieder. Ich muss heute früher weg. Warum? Ich muss morgen, hab ich ein Video zu drehen und ich muss zum Friseur. Aber was heißt früher weg? Heute kann ich nicht so spät schlafen, leider. Nein, doch, oder? Die Frage ist, packt das deinen Schlafrhythmus? Ich weiß nicht. Ah, stimmt. Wieso kannst du so bezeichnen? Dankeschön, ich hab früher viel gezeichnet, so. Es hört mit E-N auf. Koch oder so. Hm, Chef. Ja, es war vielleicht dumm. Also ich glaube, es ist schon echt gut gezeichnet, aber I don't know. Nee, es war wahrscheinlich, also trotzdem. Fan, Fan, Fan. Keine Ahnung. Ah, Buffet. Ja, es war dumm. Okay, 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 Buffet, Buffet, Buffet. Yeah. Gigi. Aber ihr wart auch gut, hä? Nein, war mir nicht. Doch. Also ich war nicht gut. Geilo.